Yo, moin Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal, heute mit dem Enhanced Vision Mod. Und dieser Mod fügt Sachen in das Spiel hinzu, die man auch aus anderen Spielen kennt, wie Shootern. Und zwar unter anderem, wenn man ins Wasser springt, dass dann auf dem Bildschirm so Wassertropfen zurückbleiben, wenn man wieder aus dem Wasser raussteigt, die dann so nach einer Zeit verschwinden. Was sehr schön ist, die Datei kann man natürlich selber anders da gestalten. Ihr seht hier, wie diese Wassertropfen hier auf dem Bildschirm kommen. Den gleichen Effekt gibt es, wenn ich mal den Regen anschalte, was ich ja sonst eigentlich nicht so gerne tue. Aber wenn es jetzt gleich anfangen sollte zu regnen, dann werden wir das Ganze sehen. Okay, ich bin hier im Wüstenbiom, deswegen regnet es nicht. Auf jeden Fall, wenn es regnet und ihr schaut in den Himmel, genau, dann kommen die Wassertropfen auch. Es geht doch, hat nur etwas länger gedauert. Ähm, als nächstes möchte ich euch zeigen, dass zum Beispiel, wenn ihr von einem Skelett, das muss, dazu müsste aber Nacht sein. Wenn ihr von einem Skelett angeschossen werdet, wenn es mal treffen würde, dass dann Bluttropfen auf eurem Bildschirm sind. Ihr habt das gerade gesehen, ich bin getroffen worden, es kommen so Blutsprengler. Man muss das Video wirklich in 1080p und in groß angucken, um das wirklich alles perfekt zu sehen. Aber ihr seht, mein Bildschirm wird immer blutiger. Ähm, das war das, was man aus Shootern kennt, und zwar der Bloody Screen. Den sollten einige jetzt schon kennen, so. Ich lasse mich jetzt mal ein bisschen, ähm, runterschlagen. Kommt her. Von den Zombies. Und zwar, ähm, ihr seht, wie meine Blutsprengler im Gesicht immer mehr werden. Und umso mehr ich in Richtung, ähm, Tod gehe, kurz vorm Ende, kommt dann ein richtiger Bloody Screen, der mir anzeigt, oh Junge, jetzt wird's gefährlich, jetzt fängt das Blinken an. Ähm, noch ein paar Schläge und dann ist es aber auch wirklich aus mit dir. So, wir töten die zwei Chaoten mal. Und man hat so eine kleine Bulltime, wie ihr gerade gesehen habt, wenn man kurz vor Ende ist und wird geschlagen. Ähm, ja, so ein bisschen Bulltime war da jetzt drin. So, ne, ich tue nochmal ein Zombie rausholen. Genau, äh, vielleicht kriege ich das jetzt nochmal hin. Genau, hier war die Bulltime. Ähm, das ist kein Leck, das ist Bulltime, wirklich, ohne Scheiß, ähm, die ins Spiel hinzukommt. Wir lassen mal ein bisschen Leben regenerieren. Ähm, auch, ihr habt gerade gesehen, ich, ich, ich schlage das Schaf und, ähm, kriege Blutspritze ins Gesicht von der, also so quasi Splatter-Effekte. Ich hole nochmal ein Schaf raus, derzeit, wo wir eh warten, bis wir etwas regeneriert sind. Ähm, später sollen, äh, Effekte von, ähm, Zaubertränken, hier, da, Blutspritzer auf dem Bildschirm, ähm, später sollen noch Effekte von, ähm, Wurftränken, wie zum Beispiel, ja, hier den Night Vision oder sowas, ähm, da soll dann, wenn man es auf den Boden wirft, noch so ein kleiner Sprengler außenrum kommen. Der Mod ist, ähm, quasi noch in der Produktion, also Work in Progress, das heißt, er wird irgendwann online gesteckt, also er ist schon online, man kann ihn schon runterladen und auch schon benutzen, aber es sind noch nicht alle Features des Mods im Mod integriert. Ja, als allerletztes, ähm, gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man mal in Feuer springt oder reinfällt und, ähm, dabei ist dann ein bisschen verzogen diese Ansicht und ich habe hier Feuer Protection an, deswegen werde ich nicht so schnell sterben, aber ihr seht, dass der Bildschirm so grau wird und so ein bisschen so aussieht, als würde Asche auf mein Haupt fallen und, ja, das waren eigentlich alles in allem schon die gesamten Features, die dieser Mod ins Spiel hinzufügt. Wie gesagt, ähm, in den nächsten Updates, ähm, werden noch so, ähm, von dem Splash Potion, die Effekte, werden noch eine Umrandung um euren Bildschirm herumzaubern, wenn ihr den abbekommt, damit ihr immer seht, okay, ich habe jetzt den Gift Potion abbekommen oder sonstiges. Ähm, ja, für mich ein sehr, sehr netter Mod, gerade diese optische Anzeige für die Lebensenergie, die Bulltime und, äh, ja, sämtlichen anderen Sachen. Das war es jetzt eigentlich auch schon von mir für diesen Mod. Ich hoffe, die Modvorstellung hat euch gefallen. Ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr wollt, oder, ähm, einen Kommentar, was ihn in Zukunft besser machen könnte. Und damit bin ich jetzt hier raus. Ciao, Leute, und bis zur nächsten Modvorstellung auf meinem Kanal.